Bangkok Bank FC war ein halbprofessioneller Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok, der 1955 gegründet wurde. Zuletzt spielte der Verein in der höchsten thailändischen Spielklasse, der Thailand Premier League, und belegte nach Ende der Saison 2008 den 14. Platz. Die Heimspiele wurden im Bangkok Bank Stadion ausgetragen. Vereinsgeschichte Der Name und das Logo leiteten sich von der Bangkok Bank ab. Die Bangkok Bank ist eine der größten Banken des Landes. Sie war gleichzeitig Vereinseigner, Namensgeber und Sponsor des Vereins. Der FC Bangkok Bank ist mit zwölf Meisterschaften einer der erfolgreichsten Vereine des Landes. Nach einem völlig überraschenden und enttäuschenden 14. Platz am Ende der Saison 2008 stieg der Verein in die 2. Liga ab. Seit Einführung der Thailand Premier League 1996 gehörte der Verein immer der 1. Liga an. Im Dezember 2008 wurde bekannt, dass der Verein Bangkok Bank FC aufgelöst wird. Neben dem Abstieg in die 2. Liga Thailands dürfte einer der Hauptgründe gewesen sein, dass die neuen Liga-Auflagen für den Verein nur schwer zu realisieren gewesen wären. Diese neuen Auflagen wurden eingeführt im Zuge des Vision-Asia-Projektes der AFC. Vereinserfolge Thailand Premier League Meister 12X 1964 1966 1967 1967 1969 1970 1981 1984 1986 1989 1994 1995 96 1996 1997 Greens Cup Gewinner 1970 1983 2000 FA Cup Gewinner 1980 1981 1998 1998 1999 Go Royal Cup Gewinner 1964 1966 1967 1981 1981 1984 1980 1986 1989 1989 1994 ehemalige Spieler Thailand Bim Rambun Prarim Thailand Manit Neuech Thailand Nakaren Phupluk Thailand Sivarok Tetsung Nön Thailand Eka Phan Inthasen Thailand Tawan Siri Pan Frühere Trainer Thailand Visun Vigaya 2008 2008 Erläuterungen Einzelnachweise rsssf.com Übersicht der Sieger Alle Quellen wurden am 22. April 2008 eingesehen.